Hey, ho, yay, yo, wir sind hier wieder bei FIFA Street und im Stufenfinale. Ja, ich weiß, du musst dir alles nice zeigen. Ach, das würde mich da etwas weh, Junge. Warte. Aufstellung. Was? Warte, das kommt nicht anstoß. Du Vollidiot. Ich wollte unsere neuen Street-Klamotten zeigen. Ich bin mit diesen schwulen Sachen, Alter. Komm her. Sehr gut. Doch, trainier beide nicht. Warte, du musst deine Busfusen. Wie ist deine Runde? Wie ist das? Ey, ich war grüß hier. Meine Damen und Herren, veuillez accueillir nos deux équipes. Und der match beginnt. Ah, wir spielen schon? Ja, du hast einen Ball, du hast einen Ball. Ah, du hast einen Ball. Ah, du hast einen Ball. Du hast einen Ball. Was ist hier? Ja. Ja, denn nur da, wo du hinbekommen sind. Ich bin mit dem Ball. Ja, du hast einen Ball. Ja, du hast einen Ball. Ja, du hast einen Ball. Da soviel steht ... ? Ach übrigens hier, Jan Borges, den ich gerade will. Ich möchte den沒有 gleich etwas linear vorstellen. ? ? ? Ich habe einfach Boris hinzubekommen. Einfach nur schwarzes Gesicht und ganz weiß machen, so weiß wie es geht. Ich bin ganz groß. Ich trainiere nach Boden nicht. Natürlich diese Dreadlocks in Weiß. Da, ich bin jetzt groß. Ich sage nur ein Schwarzer. Er ist ja ein Schwarzer. Er ist ja ein Schwarzer. Natürlich auch ein Tag später in Milan. Das sind eigentlich pikant. Die Farbe oder so. Schwarz besser oder weiße Fleck. Der ist ja komplett pikant. Das ist ja weiße Papier. Das ist ja weiße Papier. Hauptsache, man ist jetzt total dumm. Sag ich, wir haben Albin in der Kasse. Warte, ja. Dann hast du gesagt, er ist eben ganz weiß. Ach quatsch, Albinos haben wir rote Augen. Doch dann löst die Militöse. Also, er hat die Leipzig aufgenommen. den Mächter der Kräuter. Der Entwurf zu tun. Der Entwurf zu nehmen. Der Entwurf zu nehmen. Der Entwurf zu nehmen. Kaffeele zu nehmen. Der Entwurf. Ja Man Dion. Das sieht man ja gar nicht. Das ist nur eine beruhigende... Impossible photo of painting. Foto. Painting. Painting. This is a bone. Wer ist der Typ? Fahne war? Es ist Sammy! Ich bin zurückgeblend. Das ist schweig. Das ist schweig. Das ist schweig. Das ist schweig. Was ist das? Das ist schon so. Das ist gut. Das ist ja so. das tut er denn in der zweiten Sekunde. Das ist korrekt aktiv. Mit Bennett, oder nicht Bennett. Bennett, zusammen. Mit Bennett, der Komma-Zeit noch nicht mehr. Aber man lernt ausführen. Das ist ja auch nicht mehr. Aber man lernt ausführen. Das ist ja natürlich. Das ist ja auch nicht mehr. Mit dem Tatsache, der Mannschaft ist jetzt 9. 3, 2. Man hat den Fortschritt. Man hat den Fortschritt. Man hat den Fortschritt. Man hat den Fortschritt. Ich fang vor morgen. Leute, kennt ihr eigentlich Dirty Sanchez? Ich bin der Mannes. Oktay war das, komm mal. Also Dirty ist einer. Ja, weißt du einer Sanchez. Das hieß doch. Weißt du einer Sanchez, ne? Ja. Er war schon bei Kairi. Dann sag ich so Dirty. Und dann Oktay so. Der Angry Pirate. Der Angry Pirate. Ooooooh, nicht Angry Pirate. Alter, das hat man lernen. Und ich weiß nicht mehr, das ist egal. Dann sagt man, der auf dem Rücken spritzt. Also eigentlich mal auf dem Rücken spritzt. Wenn ich mir nicht gedacht, dass man rausgespitzt hat. Dann dreht die sich um. Dann der ins Auge spritzt. Und so, dass die Augen so fest dreht. Weil es so aussieht, als ob die eine Augenklappe hätte. Und dann gegen das Bein dreht. Und die Hunde dann auch nur ein Bein hätte. Aber Dirty Sanchez ist auch schön. Einfach in den Arsch schicken. Und dann die Mischung. Aus Blut. Aus Sperren. Von den Arschlein spritzen. Im Grunde machst du Arschlein. Dann spritzt wie der Frau reißt. Dann hast du dann eine Mischung aus Sperren und Pfeife in den Fingern. Das treibt der Frau die Masen auf den Schützen. Ja, weil das... Das ist dann so ein Bart. Ja. Und die Karte. Und welche Frau macht denn sowas mit? Welcher Mann macht das mit? Ja, warum? Also ich verstehe nicht. Bei deinem ersten Mal so. Es gibt doch Frauen die auf Füße stehen. Das ist auch das Punkt. Aber ich mein... Der zertritt. Der zertritt. Sie zertritt die Eisenbahn. auf den Karte. Der zertritt. Die Eisenbahn. Die Eisenbahn. Mit einem Mischungspürzen. Eine Frau Quieft zu hart. Ich glaube, mein Tee ist fertig. Eine Frau Quieft zu hart. Ich glaube, mein Tee ist fertig. Da ist der Punkt. Ich bin in der Nette mit dem Haufen. Das war's für heute. und bringen alle seine Kumpels mit mir doch scheiß egal auch mit der Pferde auch mit Blut in den Hohen Euro und eine Sack und durch mir aus dem Herbst hat auch schon fertig Held hat man ein Spiel auch ich bin bin ich auch so ich muss mich erfordern bis ins Leben ist noch er kommt erkennt jetzt noch ich gehe es gerade fest wir machen ein bisschen drückt So, und was hältst du denn so von den Finanzkrisen? Also, ich finde, die Finanzkrisen haben eigentlich einen... Also, die Finanzkrisen sind natürlich sehr verheerend auf die Globalisierung der Welt, da nämlich die Globalisierung Vor- und Nachteile hat. Das können wir natürlich jetzt schraufen und runter diskutieren, aber ich möchte ja nicht hier, ne, genau. Bananen-LP und so. Ja, ja. Übrigens habe ich Angst, nach oben zu gucken. Und davor Angst, alles was rechts von mir ist. Mach mir einfach Angst. Lippes, wie kann man denn... Lippes. Okay, ich sag nichts. Wie heißen wir denn? Flagranti Junior, Koi Koi, B-Morris, Young Boris. Young Boris ist gut. Was heißen eigentlich diese Zeichen hier? Was der ist, das ist so Kraft, so Stärke-Dings, das ist so Schuss, das ist Dribbeln, das ist so Mauer, also so Abwehrmand. Thomas, das hast du noch nicht mal als Torwart gesehen. Das ist alles Kraft, okay, wir sehen. Gut, ich bin bald, Bitch. Mach mal Anstoß. So radikal, wie ich bin. Tiger, Alter. Life is a bitch, man. green. Bonjour, tout le monde, et bienvenue en France, pour la grande finale d'aujourd'hui, du Tournoi à 5 joueurs, entre Bluefish, et le Villaray LCF. Allez, c'est parti! Rains, own noch ganze. Nein, sorry, das war jetzt nicht so. Siehst man nicht. Da haben wir mal pinken Trikots. Ja, wir haben neue Trikots zur Kollektion von Heidi Klum. Und deswegen war es zwar so ein bisschen rötlich, und sie mag ja eigentlich gar kein rot. Das war auch zu Maike von Baumarkt. Während ich mit Heidi Klum kommt aus der Scheide von Heidi Klum. Wer ist draußen? Maike? Ja. Da ist alles da. Wir müssen gucken. Ah ja, stimmt. Ich glaube, Maike geht freiwillig drauf. Ach so, Vivian. Guck, Vivian. Guck, Vivian. Guck, Vivian. Hier. Wusstest du eigentlich, dass sehr viele Mädchen sich kennen, was sie wenigsten zu geben? Ja, genau. Bei Jungs ist es ja so, wenn da... Ja, Alter, da reden wir immer drüber. Wenn einer öffnet sagt, er wichst nicht. Also, du wichst nicht. Du wichst nicht, was gibt die Abbildung? Das ist eine volle Geschichte. Ja, das sind die Leute, die Menschen, die sich in der Straße, die sich einen Jungen an der Reimdüxt zu bringen, wenn man für viele Mädchen büxt. Nein, das habe ich nicht gewollt. Aber das Beste ist, wenn ein Weilerweiler... Nee, der macht das nicht. Der macht das nicht. Nee. Nee. Der ist der einzige Typ, der ist nicht. Der hat auch immer so im Zähler. Vanessa. Vanessa, Vanessa, die macht das. Das machen auch ziemlich viele Freunde für mich. Eine Beklemmende. Was ist das? Der hat was? Wir warten den Grüß? Ich habe eben noch nie geglaubt, wie ein Pinkes war. Ja, das ist das nicht. Da muss man erkennen auf dem Linken, dass da so eine Wand ist. Ich weiß nicht, was ist das anders oder das? Das ist schlecht. Das ist mein Mann. Und das ist deinem Weg! Ich muss nicht den Pinkes tragen, das ist das jetzt. Ich muss den Ehrmacht ein Pinkes tragen. Ich kann mich nicht wissen. Ich muss auch fragen, was zu küsst. Darf er ein Pinkes tragen? Das ist ein Problem. Ich kann ja ein Pinkes tragen. Ich glaube, ich muss mal sehen. Ihr sitzt allein im Garten. 60 Sekunden vor dem Mittag! Ich kann nicht verpassen. Ich sitze allein im Garten. Ich schreien in der Warte. Aber das ist nicht was das eigentliche. Das ist nicht was das eigentliche. Das ist nicht was das eigentliche. Ja? Ja. Aufbau. Ja. Hat geklappt. Das ist nicht was das eigentliche. Ja, aber dann wäre es ja einfach weg. Ja. Ja. Weil der war eine mit der Zeit schlank. Das ist ja so. Ich habe die Schuss gefasst. Ja, das ist ja so. Ich habe die Schuss gefasst. Ja, das ist ja so. Ich habe die Schuss gefasst. Ja, das ist ja so. Und er ist ja so. 100 Sekunden vor dem Mittag. Nein. 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 Doesnach. Nein. 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 Ich bin ein Fischer. Ich habe das gut. Der ist vom Fischer. Der ist vom Fischer. Ich bin ein Fischer. Ich bin ein Fischer. Ich bin ein Fischer. Ja. 12, 13, 14 Es ist ein dicker Bustigloch! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. mit dem wir haben uns bis zu sehen wir lieben euch um sehr nett dass ihr heute wieder eingeschaltet habt das könnt ihr bei den weiteren folgenden Videos die wir auf unserem Kanal präsentieren werden könnt ihr das genau so machen wenn euch dieses Video gefallen hat wäre doch mal schön wenn ihr das bewertet würdet oder mal einen Kommentar oder eine B schreiben wir verfliegen uns hier von meinerseits von Morris und vom beharrten Mann genau tschüss tschüss ich hab'n Segen Power